wir werden uns dem ende der englischen wochen unter 31 grad heißen temperaturen und vielen gästen fans ging es in der home deluxe arena in paderborn richtig zur sache zwischen msc fair und finn lagenmacher und den 60er löwen die den vierten sieg in folge einfahren wollen michael kölner erwartet heute wieder taktisch einiges zweite minute es ging gleich gut los finn lagenmacher setzt sich da gut durch gegen die pferde die auf winkel schabiner rot gesperrt verzichten müssen aber lagenmacher nur ans außennetz hier sehen wir noch mal wie er sich durchsetzt niklas thiede der torhüter der pferde muss da nicht mehr eingreifen der balle maus aber ferr nahm auch das spiel dann ein bisschen in die hand 36 die minute wolfram war das mit dem kopf kein problem für marco hiller aber das war dann auch mal sowas wie ein gutes aufbauspiel bei den ostwestfalen maximilian wolfram und dann marco hiller aber ferr wollte mehr nur eine minute später mai korbos auf eduard probst der nimmt den ball runter und setzt sich da einfach mal gegen zwei durch hier gegen tallich und verlaht und dann ist es marco hiller der den ball stoppen kann was für eine chance für probst und den sc fair gut runter genommen und durchgesetzt abgeschlossen aber auch gut die parade von marco hiller also verstecken mussten sie sich nicht mit kniert das sah taktisch gut aus beide mannschaften auf augenhöhe bei dem programm was er zum anfang der saison hat sah das auch immer so aus am ende hatten sie das nachsehen wie war es heute rein in die zweite halbzeit 60 mit einem angriff und da ist lagenmacher am tor vorbei gut vorgelegt von janik deichmann der heute sein 28 geburtstag feiert hier sehen wir es noch mal auch hier gut runter genommen und dann weitergelegt auf den bulligen mittelstürmer aber da fehlten zentimeter wir gehen in die nachspielzeit 91 minuten es gab eine kleine leichte aufregung hier grudowski fels mit lanat zusammen ein leichtes aufsteht aber wir sehen beide beide ziehen und schieben somit ging das spiel weiter und 60 hatte in der 92 minute noch mal die möglichkeit zum aufbau deichmann schickt rüber auf lanat lanat zieht an bringt den ball rein oder es mehr ist skanderovic 92 minute das 1 zu 0 für die 60er sein erstes profi tor der neu zugang aus schweinfurt endlich hat er getroffen großer jubel bei über 650 mit gereist den fans das war es da passiert ihn nicht mehr und hier so gefühlvoll der ehemalige fährler bringt den ball rein und skanderovic sagt danke der lucky punch hart erarbeitet an diesem sonnigen tag im ostwestfalen jubelt 60 einer voller glück und der andere voll bedient aber ich bin immer ein freund davon dass man die die sachen klar anspricht wie gesagt wir haben einen punkt aus vier spielen das zu wenig das ist unser anspruch klarer topmannschaften aber topmannschaften hin oder her wenn die die nächsten zehn spiele verlieren auf einmal sind sie unseren ist keine topmannschaft mehr deswegen also wir bewerten woche für woche damit mit der leistung bin ich auf jeden fall zufrieden und trotzdem müssen wir jetzt langsam anfangen zu punkten das ist dann auch fakt stand jetzt läuft ja alles super wir haben die maximale punkte aus beute wir sind ein sehr geschlossenes team wollen auch immer gewinnen sind sehr heiß und das sieht man glaube ich auch auf dem platz und wie sich dann alle gefreut haben nach 1 0 das ist ganz besonders und so wollen wir weitermachen 60 münchen erkämpft sich den vierten sieg in folge bekommt es am freitag zu hause im magenta sport topspiel mit halle zu tun ja und der scv muss nach oldenburg